Ich will deinen leuten ein paar tipps geben hier also blu verheilfen ist ein muss erwischt. Oh mein gott ist die lecker Hey alle herzlich willkommen zu einem neuen video von mir Ich sehe ganz anders aus. Hi ihr habt ja nicht mitbekommen ich habe meine haare gestern Nochmal neu gemacht später mehr dazu wie es dazu kam Was ich jetzt so extrem blond bin bin auf jeden fall froh dass es geklappt hat dass es nicht so gelb blond ist sondern so Kaltes blond wir trocken darüber später jetzt auf jeden fall machen wir schnell fertig wir haben was da los noch da Wir machen uns halt jetzt schnell fertig damit wir noch ein bisschen zeit haben bevor er geht und bevor ich ins gym gehe und bevor der tag so richtig startet Are you ready to rambo? Also das ist leicht hier blau Ich habe gerade einmal schnell geduscht lol Und jetzt gehe ich schnell was zum essen machen das hallo ist ja immer noch morgens nicht sehr fast wird immer morgens für die gesundheit Aber ja ich habe dennoch Hunger deswegen mache ich mir jetzt schnell was zum essen Wieso wirst du nackt? Ich hab's wohl nicht Gar keinen Sinn warum jetzt sag ich dir das? Ich erinnere mich gar nicht daran was ist denn da gewesen? Du hast dich versprochen weil ich so erstes hast du gerade gesagt Achso Und da wolltest du nicht das zugeben damit das tickt auf der ende Ey dieses öl das riecht so gut Bibi Ich hab da eigentlich viel zu viel rein ich hab da gerade so viel reingemacht wie ich immer meine extensions reingemacht hab Aber weil wir ja blondiert haben Willst du gerade mit mir? Mit beiden eigentlich hast du nicht geantwortet und dann bin ich auf die kamera umgesteckt Achso ich hab da einen Tick davon getan Okay Wir haben die ja auf jeden Fall blondiert mit so Strähnchen mäßig und es sieht richtig richtig schön aus der Übergang Bei euch sehen die noch ein bisschen gelb aus aber die sind 0,0 gelb Und dieses öl hier kann ich euch so empfehlen das ist eigentlich für extensions aber ich finde das auch so richtig richtig gut weil das Es riecht so geil Hair extensions serum fluid Butter Ich will links euch unten falls ich es finde Da liegen einfach noch unsere Nintendo DS sehe ich gerade in der Kamera Wir konnten gestern nicht schlafen also haben wir Nintendo Super Äh nein Mario Party gespielt Das was wir in dem letzten vlog auch gespielt haben Und dann kam aus der Luft die tolle Idee dass wir das spielen könnten und dann haben wir das gespielt Ich glaub eine knappe Stunde mitten in der Nacht Ich hab dich gehört und ich hab dich geantwortet Ich hab dir gehört Hier runter Ja wir gehen auf jeden Fall runter oder? Ja Weil weißt du alles andere macht ja keinen Sinn Du komische Es macht ja nicht Sinn sonst Weißt du? Du komische Das sieht aus? Meine Mama Warum bist du nackt? Juni ist doch verstört Ist so viel Öl war das, oder? Probier mal ein Stückle Ich will den Leuten ein paar Tipps geben hier Mach ich weiter Du musst mich kurz küssen, ne? Allgemein mit Süßigkeiten gesund werden wir schon geil Bibi Reicht Cookie Er ist fast schon fertig, oder? Ne, ne Okay Also Marcel du wollt nicht dass ich es sagt weil er Angst hat dass noch mehr Leute kommen Ja Wahnsinn jetzt kommt die Blase aus Er will nicht anstehen Ich will nicht anstehen So ähm Wir gehen übermorgen in Europa Park also Mittwoch wenn ihr das Video seht sind wir schon da Guck mal das kommt um 14 Uhr Mittwoch und wir gehen um 7 Uhr los Vielleicht könnt ihr ja noch dazu stoßen Wer es noch schafft kommt vorbei Und wir wollen uns jetzt Videos davon anschauen Mit einer Achterbahn und so Ich bin gespannt ob du dir die Blue Fire traust Ich hab Höhenangst wir gucken ob ich es drauf Aber mit Looping finde ich es halt gleich viel interessanter Es geht viel mehr ab Die geht halt ja nur hoch und runter Was ist das? Oh das sieht cool aus Schatz Unter Wasser ist, äh mit Wasser nicht unter Wasser Oh mein Gott ist das Looping? Ja Oh mein Gott Was für ein riesen Looping Guck mal jetzt kommen die Schrauben Vielleicht Ich dachte waren die schon Oh Gott guck mal das ist ja die alle gell Mhm Richtig geil Die ist wirklich richtig geil Die musst du fangen sonst alles verpasst Also Blue Fire finde ich ist ein Muss Das ist das Highlight vom Tag Schatz Überlegs mir So ich hab grad für meinen Dad was bei der Apotheke abgeholt Und fahr jetzt direkt ins Gym Marcelo ist jetzt auch schon weg Ja Wer fährt auch immer mit angezogene Handbremse? Wer kann das? Ich kann das Wenn wir uns im Gym nicht umziehen kann Muss ich mich immer derzeit im Auto umziehen In der Tiefgarage Einfach eine peinliche Story Das war heute Heute ist auf jeden Fall Montag Und ich finde man merkt das einfach direkt Weil das Parkhaus ist mir komplett voll Und normal ist hier kein Schwein Ich hab irgendwie grad nicht so die Motivation zu trainieren Ich hab nicht so Fire Ich hab grad ganz andere Dinge Die ich machen will Aber halt nicht trainieren irgendwie gerade Aber egal Ich mach jetzt mein Ball Workout Ich muss einfach durchziehen Ich muss da wieder reinkommen Corona-Pause hat schon viel verändert Aber ja Okay Okay Ich geh jetzt auf den Funs Gym Wir sehen uns danach Also ich bin back vom Gym Ähm Ich filme euch grad gar nicht zum Gym Auch wenn ich gehe Einfach aus dem Grund Weil ich mich grad noch ein bisschen unwohl fühle Mit den Regeln und so Es sind ja jetzt nicht so super Was kommt da denn so? Es sind zwar jetzt nicht so super viele Regeln Aber keine Ahnung Ich fühle mich einfach noch ein bisschen unwohl Und schon alleine Wenn ich ohne Kamera trainiere Fühle ich mich derzeit irgendwie beobachtet Okay Leute ich bin zu Hause Und ich muss noch ganz schnell was loswerden Weil ich war grad ganz kurz noch einkaufen Ich hab mir einmal noch Sojamilch gekauft Weil ich welche noch gebraucht hab Und Ah wie heißt denn hier gerade? Ah Mariquia genau Mariquia weil ich hab die letztens am See gegessen mit Julia Und Nicole und Helen Und die waren übel lecker Deswegen hab ich mir jetzt auch mal welche geholt Ich geh jetzt auf jeden Fall hoch Und mach mir erst mal einen Proteinshake Nur Banane Kein vegan Joghurt Wir haben grad keinen Ohne Himmel Ein Cup Proteinpulver Olivenmüll So wie immer trinke ich jetzt noch meinen Shake Und schau währenddessen ein bisschen Netflix Ich schau grad äh Dings weiter Heißt das nochmal Lochel Der Denver Clan Genau Denn mal Ey Leute erstmal ganz kurz ein Duschbiltalk Ich hab gestern aber wenn ihr es sehr viel später oder früher Ähm eine Kooperation auf Insta gedreht Mit so einem Selbstbronno Und ich zeig den euch gleich Und ich werd den wirklich in Zukunft jetzt immer benutzen Ich hab sonst immer den Sandburg Moritz benutzt Im Gesicht ist schon relativ weg So Hab ich auch nicht so lange einziehen lassen Aber auf den Armen und so Guck mal wie geil der ist Also ich leg den euch wirklich ins Herz Ich weiß grad gar nicht wie teuer der ist Aber der ist richtig richtig gut Und wenn ihr die Möglichkeit habt so einen zu probieren Kann ich das euch wirklich empfehlen Also der fühlt sich an wirklich in die zweite Haut Und auch beim Duschen schält der nicht so direkt Und rubbelt sich so weg Wie es bei mir zumindest beim Sand Moritz der Fall ist Und der zieht auch nicht so eklig in die Poren ein Wie ich auch beim Sand Moritz das hatte Aber mich hat das nie so groß gestört Der hat jetzt auch keinen Geruch gehabt Und ich konnte je nachdem wie lange ich den drauf lasse Die Stärke bestimmen Und ich hab den jetzt einfach Das war jetzt Dark was ich benutzt hab Ähm die ganze Zeit drauf gehabt eigentlich Also so 6-7 Stunden würde ich sagen Und ich glaub das ist das höchste an einem Pointe was geht Und das finde ich richtig richtig schön Und das wollte ich euch einfach kurz gesagt haben Bevor ich jetzt weitermache Lol Ich mach mich grad ein bisschen fertig Ich hab's über vergessen grad zu filmen Weil ich grad nebenher besuche ein TikTok zu machen Auch wenn ich mich nicht stark schminke In meinem Leben ist was richtig cooles passiert Aber ich kann's noch gar nicht sagen Aber ihr könnt ja schon mal gespannt sein Und euch Gedanken machen was es ist Ich mach mich jetzt schnell fertig mit TikTok Und dann film ich weiter hier What's up? Ich hab keine ganze TikToks gemacht Ich hab null davon mitgefilmt I'm so sorry Aber bei uns gibt's jetzt Essen Deswegen geh ich schnell runter und Es war Spaghetti Spaghetti Lecker So Leute ich hab grad gegessen und war grad auch noch hier live auf Insta Das hab ich euch nicht mitgefilmt Es gab richtig lecker Spaghetti Ich weiß nicht ob ich euch vorhin auch schon mein Makeup gezeigt hab But here we go Ich hab heute nicht so ordentlich gemacht Weil ich einfach keinen Bock hatte Aber zu dem Makeup Look kommt am Donnerstag auf Insta Ja ein IGTV Tutorial Ich muss noch mal ganz kurz meinen Lippenstift refreshen Obwohl ich eigentlich nur zu Lena gehe Aber wenn ich schon einmal drauf hab Tadaa Okay ich geh jetzt direkt los Okay es ist komplett dunkel Ich mach jetzt auch kein Licht an Werde ich gerade zu spitzig angesehen Die laufen mir gleich vorbei Ich bin jetzt auf jeden Fall wieder zurück von Lena Wir haben kurz vor elf Can you see this? Ja auf jeden Fall geh ich hier schon hoch Und wir talken jetzt gleich wenn ich oben bin Alter es ist so dunkel hier I'm back at home Und Floi ist mir grad Unten vor das Auto gelaufen Also als ich ausgestiegen bin Ist mein Lippenstift noch? Ne nicht so wirklich ne War auf jeden Fall ganz cool Gerade noch bei Lena Wir haben ihre Haare wie gesagt gefärbt Und haben noch ein bisschen mit ihren Freunden gechannelt Und so Und jetzt bin ich wieder zu Hause Und ich überleg mir jetzt Ob ich noch ein Video schneid Ich glaub ich schneid es noch Und zwar das Lookbook Für den Donnerstag Genau Und ähm Ich filme nicht nur heute Sondern ich filme morgen noch Weil ich hab heute Nicht so viel geschafft Weil ich bin heute Mittag wieder eingepennt Mir passiert das grad eigentlich übel oft Ähm Dass ich immer so nach dem Mittagessen oder so Einpenn Deswegen hab ich äh Wieder so 2-3 Stunden vom Tag verpasst Wo ich halt eigentlich was machen wollte Und deswegen mach ich das morgen noch Und film das auch noch mit Weil ich will einfach nicht Dass es so ein langweiliger Vlog für euch ist Und ihr denkt Ich erreiche nichts in meinem Leben Wisst ihr euch mein Deswegen suche ich mir auch immer so Tage aus Wo ich ein bisschen euch was zeigen kann Wenn ich was mach Und nicht einfach den ganzen Tag am PC sitze oder so Oder nicht den ganzen Tag einfach nur TikToks mach Das ist ja eigentlich cool für euch zu sehen Ihr wollt ja auch ein bisschen Was miterleben von meinem Leben Und deswegen versuche ich immer genau solche Tage zu filmen Und wenn ich dann halt so viel verpenn Dann hab ich meiste Zeit vom Tag verpennt Also wo es hell ist Und wo ich halt das meiste filmen kann Und das ist halt ein bisschen kacke Erwischt, oder? Hab ich die erwischt? Hab ich die erwischt? Ich glaub ich schlafe heute Nacht nicht alleine Ich mach immer dieses Peace, Alter Lol Ohne Extensions kommt da nur so eine ganz kleine Boppel zustande Ich schmeck mich derzeit immer mit Kokosnussöl ab Finde ich irgendwie am spannendsten Alter Er sagt zu mir um 50 FaceTime, es ist 2 nach Das ist doch nicht sein Ernst ey FaceTime um 50 Was ist denn da los? Also Ich muss jetzt noch einmal mit Nostaloo FaceTime Ne Spaß Also ich muss jetzt einfach gucken, dass ich ihn erreiche So FaceTime wir noch eine Runde Und entweder ich geh dann schlafen Schnell morgen das Lookbook Oder ich schneide es heute noch Oh, er ruft mich zurück Hola Chico Ich bin zu spät, sorry Good morning Ich hoffe euch gehts gut Ich schlafe derzeit immer ein bisschen länger Also ein bisschen länger, so kurz nach 8 Es ist aber nicht so gut Ich muss früher aufstehen Floi hat mich heute Nacht um 5 aufgewirkt Und die ganze Zeit in der Tür gekratzt Und ich hab die ganze Zeit in meinem Zimmer rumgeguckt Und dachte hier ist doch niemand Aber sie hat einfach in der Tür gekratzt Ihr seht sie gar nicht Und sie sitzt am Fenster Auf jeden Fall beantworte ich Ich jetzt mal alle Insta-Nachrichten Dass ich versuche alle zu beantworten Und dann gehts direkt wieder ins Tschün h Achso, ich esse jetzt mal Käse, Brot mit Gürbiskerne, glaube ich. Eigentlich ist es viel zu wenig für mein Frühstück, aber wir haben jetzt leider kein Toastbrot mehr, weil wir keins gekauft haben und das war jetzt das Letzte. Und wir haben keinen veganen Joghurt, deswegen muss ich mal einkaufen gehen nach dem Gym. Hey, ich schon wieder total nicht hell. Ich fahre jetzt auf jeden Fall ins Gym und ich hoffe, es ist wenig los, dass ich ein bisschen was filmen kann. Ja, mal schauen. Bitte, Abbruch. Ich habe gerade meine Schuhe umziehen wollen, aber ich habe Julia gefragt, ob die Bock hat, heute Autowaschen zu gehen mit mir. Und sie so, ja, sie hat Bock und ich habe auch Bock, aber sie hat Nachhilfe in zweieinhalb Stunden. Wir wollten auch vielleicht dann noch ein Eis essen und deswegen verschiebe ich das mit dem Gym nach dem Autowaschen und nach dem Eis essen mit Julia und mache das jetzt als erstes mit Julia, weil ich da gerade auch irgendwie mehr Bock drauf habe. Hä? Lol. Okay, Wiederplaner, wieder andere Schuhe anziehen. Hm, war so eine Panne. Wenn man doch was erst um 16 Uhr, also doch gehe ich jetzt doch erst ins Gym. Mann, ich habe mich schon gefreut auf den Einen. Egal. Erst die Arbeit, dann das Verknägen. I'm back from the gym. Und ich habe übel verballert, euch zu filmen, wie ich mir gerade Essen gemacht habe. Gym war wieder komplett voll, deswegen habe ich auch wieder nicht im Gym gefilmt. Ich nerve, ich habe keine Ahnung, wie es gerade so voll ist. Vor allem, weil ich eigentlich zu Uhrzeiten gehe, wo Berufstätige nicht können. Absichtlich natürlich. Aber ja, ich esse jetzt auf jeden Fall. Und dann schneide ich meinen Lookbook. Ich habe mich gerade ein bisschen ready gemacht. Ich mache immer so eine komische Pose, what the fuck. Und ich gehe jetzt gleich mit Julia mein Auto putzen. Aber ich wollte mir als erstes noch eine Pensionsfrucht machen. Ich habe gerade übel Bock. Die habe ich gestern gekauft. Die sind ja scheiße teuer, diese Lüger. Schneidet man die denn auf? Oh mein Gott, ist die lecker. Boah. Wie geil. Boah, die Vitamine springen mich gerade an. Vitamine oder Vitamine? Oh mein Gott. Ich finde immer, wenn ich so was esse, so gesund, habe ich danach voll viel Kraft so und fühle mich viel fitter. Ein so Ding kostet zwar einen Euro, aber... Was lohnt sich immer so was an? Proteine 2,2 Gramm. Ist doch nicht auch ganz gut. 1,6 Milligramm Eisen. 30 Milligramm Vitamin C. 29 Milligramm Magnesium. 12 Milligramm Calcium. Das ist schon gut, oder? Ich gehe jetzt auf jeden Fall los und hole die Julia ab und wir putzen dann gemeinsam mein Drecksauto. Also es ist halt gerade innen voll Verträgt, weil wir es repariert haben. Das geht übrigens jetzt wieder. Wir müssen uns da irgendwo reinstecken. Wie bist du da? Ah, ich brauche jetzt. Oh, das ist kaputt gemacht. Nee, wir müssen... Wir haben uns gerade richtig fett flamiert. Wir haben, oder wir waren zu blöd, die selbst, äh, waschende, wie nennt man das? Selbst waschende Waschstraße zu betätigen. Waschbox. Genau, dass der Typ hierher kam und uns erklärt hat, wie man die Dinger bedient. Es war minimal peinlich. Boah, Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause und muss schnell mein Zeug packen. Wenn ich jetzt schon vor einer halben Stunde losfahren soll und zu Marcelo und gehe dann los zu Marcelo. Und morgen geht es ja in den Europapark. Ich freue mich mega, es wird richtig cool. Wenn das Video online kommt, sind wir im Europapark. Ich habe ein bisschen was trinken. Ich habe halt ein bisschen zu wenig getrunken. Ah ja, ich habe voll so ein Ingwerstück gerade. So, meine Sachen habe ich jetzt einmal gepackt. Ich muss gerade noch ein bisschen die Box aufladen. Die lädt sich aber relativ schnell auf. Also die GBL ist wirklich richtig geil. Da hat sich das Geld auf jeden Fall gelohnt, weil meine Musikbox im Auto ja klar nicht funktioniert. Ich tue meine Katze noch auf ihr Lieblingsschlafplatz ein paar Lecklis legen, bevor ich gehe. Und dann sind wir ready. Ey, Leute, ich habe keine Ahnung, wie lange dieser Vlog geht. Ich habe extra eigentlich zwei Tage gefloggt, weil der erste Tag so wenig war, was ich gefilmt habe. Aber jetzt glaube ich, wird das hier so ein 30 Minuten Vlog. Ich muss dann heute Abend noch schneiden, weil wir morgen in den Europapark gehen. Ich fahre heute auf jeden Fall zu Marcelo. Der weiß noch nicht, dass ich heute Abend noch schneiden muss. Eigentlich haben wir gesagt, wir entspannen heute Abend. Aber ja, der Vlog muss online kommen. Ich bin jetzt bei Marcelino. Alter, der hier, der nervt mich richtig fett. Ich habe Marcelo gerade schon geschrieben, dass ich da bin. I don't know, ob er rauskommt, aber ich gehe jetzt auf jeden Fall rein. Hey, Leute, wir gehen morgen in den Europapark. Ich habe zwei Tage gefilmt, das bist du zweimal hier am Start. Ich bin jetzt bei Marcelo. Wir gehen jetzt noch einmal schnell spazieren. Und dann schneide ich das Video, damit es morgen online kommt, wenn wir im Europapark sind. Ich freue mich voll. Und ja, deswegen würde ich sagen, war es das mit dem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Du kennst mein Ende, nicht? Einen wunderschönen Tag euch allen. Jawohl, das ist nicht dein. Du riecht noch von Lars und Gummeng. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.